herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate bevor wir über die fed sprechen und auch die charts anschauen gibt es noch den obligatorischen risikoinweis der handel mit cfds er ist nämlich mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspeche wir gehen direkt rüber in die xstation werden aber noch mal kurz zu fett kommen die notenbank hat nämlich die zinsen gestern abend wie erwartet um 25 basispunkte angehoben es gab aber auch eine kleine änderung bei der formulierung im text vorher hieß es noch eine zusätzliche geldpolitische straffung könnte angemessen sein das wurde jetzt gestrichen und das spricht eben für eine zinspause das hatte kurzfristig auch für euphorie gesorgt aber bei der pressekonferenz von jürgen paul hieß es dann dass die aktuellen inflationsaussichten des ausschusses nicht für zinssenkung sprechen die märkte sehen das eben etwas anders laut cmi fatwatch tool könnten in diesem jahr noch drei zinssenkungen kommen und zwar in höhe von mindestens von 25 basispunkten das wird jetzt zumindest eingepreist die frage also sind die märkte dazu optimistisch oder gibt die fett dann im laufe des jahres nach die ölsorte wti hat sich nach einem starken ausverkauf wieder etwas stabilisieren können der ölpreis ist zwischenzeitlich mal auf den tiefsten stand seit mehr als 17 monaten gefallen jetzt wurde aber das jahres das vorherige jahrestief sozusagen respektiert es sieht nach einem fehlausbruch aus und das könnte vielleicht die grundlage sein für einen längerfristigen boden der nestek 100 hat gestern den wochenverlust weiter ausgebaut aber hält sich jetzt über einer wichtigen unterstützungsmarke bei 13.080 punkten wichtiger hochpunkt gewesen dann der bruch mehrfache verteidigung und jetzt verharrt der tag index in einer längeren seitwärtsphase euro dollar hat kurz vor dem jahres hoch gedreht das wurde ja in der vorwoche bei 1 0 in die 1 10 95 erreicht und hier sehen wir auch dass die gewinnabgaben ja letztendlich noch recht bescheiden sind und wichtig ist auf wochen schlusskurs basis ein bruch über die 1 10 33 wichtiger hochpunkt gewesen impuls korrektur impuls und jetzt gab es hier schon zwei fehlausbrüche also um mehr aufwärtspotenzial freizusetzen muss eben dieser bereich dann auch ja nachhaltig geknackt werden kommen wir noch zum gold hier gab es ein neues rekordhoch und beim ersten test wurde jetzt aber der bereich zwischen 2005 zwischen 2070 und 2075 dollar respektiert im großen bild könnte man von einem möglichen triple top sprechen da der takt der trend hier aber noch intakt ist davon auszugehen dass es dann nochmals einen zweiten ausbruchs versuch gibt lasst gerne einen daumen da wenn euch der content gefallen hat ansonsten viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal